Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir natürlich wieder mal mit Gittera ein bisschen in WannaCry rummurksen, ja. Und dazu gucken wir uns wie üblich eigentlich zuerst mal die Functions an. Die Functions, die definiert wurden, sind hier relativ eindeutig irgendwas mit Ctrl-FP, Init-Term, das sind alles Bodenstrich-Funktionen, die sind intern, okay. Wenn ein Bodenstrich vorne dran ist, sind wir intern. Gut, dann haben wir hier irgendwelche Funds, das sind User-Defined Functions, dann haben wir hier MemCopy, MemCompare, MemSet, irgendein Operator, irgendwas mit Strings und irgendein Unwind und noch eine ganz komische Type-Info-Funktion. Ja, Labels haben wir auch ein paar, sind aber alle irgendwie nicht so relevant. Genauso wie Classes haben wir nur Exception und Namespaces haben wir auch nicht wirklich irgendwas, ja. Das heißt, was wir hier finden, ist offensichtlich keine Main-Funktion. Was machen wir denn dann? Oh mein Gott. Nun, eigentlich braucht man keine Main-Funktion, denn vor der Main-Funktion wird erstmal intern die Entry-Funktion aufgerufen. Das heißt, wir rufen Entry auf und dann ruft normalerweise Entry eine Main-Funktion auf. Da das hier aber eine ganz komische Windows-Dingens ist, ja, eine Windows-Binary, wie wir vielleicht schon erkannt haben an den Defined Strings, immerhin gibt es eine Microsoft Enhanced RSA und AES, Crypto-Graphic-Library gibt es eigentlich wahrscheinlich nur unter Windows und sowas wie H-Keys oder Registry-Keys gibt es auch nur unter Windows. So, das heißt, wir sind hier in Windows und ja, hier starten wir einfach mal direkt mit der Entry-Funktion. So, jetzt haben wir hier einen ganzen Haufen Code, der uns erstmal rein gar nichts sagt. Da denkt man vielleicht am Anfang, oh mein Gott, was soll ich bloß tun? Und ich sage euch, was ihr tun müsst, ihr müsst einfach von oben nach unten durchgehen und rausfinden, was jedes einzelne Ding tut. Und deswegen verschaffen wir uns jetzt ein kleines bisschen Überblick in diesem Video, was eigentlich hier überall passiert. Das heißt, wir wollen den User-Defined Functions, also dieser Fun-Blablabla hier, wollen wir zuweisen, was die eigentlich grob tun, okay? Wenn ihr hier tatsächlich solche DAT-Objekte habt, dann könnt ihr da draufklicken und könnt euch angucken, was diese Daten eigentlich euch sagen wollen. Und in diesem Fall sehen wir hier, ja, wir wissen nicht genau, was das eigentlich hier tut. Das lässt sich auch nicht so einfach hier rausfinden. Man sieht hier tatsächlich, dass kein Datentyp hier gefunden wurde. Hier vorne sieht man, an welcher Speicheradresse das Ganze liegt und hier sehen wir ffffblablabla. Das ist einfach das Ganze in Hexadezimal, ja. Hier sieht man das Ganze nochmal in Hexadezimal und rechts davon sieht man das Ganze als Buchstabe abgedruckt. Da hier diese Buchstaben x, at, y, at, p, at und so weiter und so fort heißen, können wir damit erstmal nicht so direkt was anfangen. Das heißt, wir können hier nicht sagen, was genau das tut. Genauso hier, hier haben wir ein Prozent, h und at. Ich weiß nicht genau, was das mir sagen möchte. Deswegen lasse ich das jetzt hier einfach mal so rumliegen, okay? Wir haben hier auch einige Undefined Data Types. Das heißt, wir sehen hier Undefined, wir sehen Undefined 4. Diese beiden haben offensichtlich unterschiedliche Datentypen, während dieses Undefined und dieses Undefined hier immer dasselbe betiteln. Das heißt, wenn ihr zweimal Undefined seht, ist das derselbe Dateityp. Das heißt, wenn ihr es bei einem rausfinden könnt, könnt ihr es auch direkt beim anderen normalerweise rausfinden. Das ist ziemlich cool. Ein kleiner Geheimtipp sehen wir hier, wenn wir hier zum Beispiel diese Funktionen sehen. Das sind interne Funktionen, die im Kernel aufgerufen werden. Das heißt, in dem Fall im Windows-Kernel. Und wenn ihr im Windows-Kernel irgendwas macht, dann könnt ihr auf jeden Fall immer die Microsoft-Documentation zur Hand ziehen. Ihr werdet niemals, das verspreche ich euch eigentlich relativ sicher, ihr werdet niemals alle Funktionen kennen, die man hier so finden kann. Deswegen holt euch einfach die Microsoft-Docs, ja, die sind offen verfügbar. Und da steht einfach dann drin, okay, Bodenstrich, Bodenstrich, ähm, P, Bodenstrich, Bodenstrich, F-Mode, ja. Und dann steht hier drin, was genau das Ding eigentlich tut. Das heißt, wir bekommen einen Zeiger auf die globale Variable Bodenstrich F-Mode. So, dieser Zeiger auf diese globale Variable, das steht hier oben, ist ein In-Stern. Und das ist super cool für uns, denn wir können jetzt hier direkt einfach sagen, hey, wir machen jetzt hier draus eine andere Funktionssignatur, weil wir wissen einfach, was das Ding für ein Dateityp hat. Hier kommt nämlich ein In-Stern bei raus. Wir können das Ganze auch einfach von den Microsoft-Docs kopieren. Achtung, hier nicht das Semikolon mitnehmen, weil das arbeitet in Gitra ein kleines bisschen anders. So, und dann können wir hier das Ganze einfach so aufbauen, dass es wieder gut aussieht. Und jetzt machen wir einfach ein OK. Und schon haben wir hier tatsächlich diesen Undefinedata-Type weg und konnten hier analysieren, was das genau eigentlich tut. So einfach geht das Ganze. Und ja, jetzt können wir dasselbe noch mit P-Commode machen oder Com-Mode, ja. Kommode. Googlen oder suchen einfach hier danach Search for bla bla bla. Und dann finden wir nach kurzem Suchen, auch schon direkt eine übrigens gepowerte Suche, dann finden wir hier direkt ein P-Commode. Ist auch ein Int, wer hätte es gedacht. Und wir gehen rüber in Gitra und können hier sagen, hey, wir wollen, dass das hier auch wieder genau dieser Dateityp ist. Wundervoll. So, und jetzt haben wir schon mal die Variablen hier tatsächlich zurück. Und das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. So, und dann haben wir jetzt hier schon mal, wir wissen jetzt nämlich, was dieses P var 1 ist. Wir haben nämlich hier direkt rausgefunden, das Ding liefert uns einfach einen Pointer auf F-Mode zurück. Das ist quasi der Modus, wie Dateien aufgemacht werden, okay. Das heißt, das Ding hier können wir renamen in den, in einfach Bodenstrich F-Mode. Und ja, jetzt sehen wir hier tatsächlich, dass F-Mode geändert wird. Das heißt, man ändert die Art, wie Dateien aufgemacht werden, okay. So, ist allerdings jetzt nicht unbedingt relevant. Also, das ist jetzt quasi das Vorgehen, wie man hier jetzt arbeiten würde. So, und jetzt sind wir aber hier noch lange nicht am Ende. Wir müssen jetzt hier erst mal danach suchen. Und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt aber jetzt hier mal außen vor. Denn ja, im Endeffekt ist es nicht wirklich relevant. Das ist nichts, was jetzt unsere Software gerade tut. Wir wollen allerdings rausfinden, was diese Funktion zum Beispiel tut. Und hier sehen wir tatsächlich, diese Funktion tut einfach gar nichts. Ja, die geht da rein und die macht nichts. Okay, das heißt, wir gehen zurück in Entry und wir wissen jetzt, okay, das Ding ist ein Nop. Ja, das Ding macht einfach gar nichts. Äh, Nop. So. Und das liefert mir ein Void. Ups, Void. So. Okay, super. Nop oder Noop eigentlich. Ich habe hier ein O vergessen. Noop. Ähm, bedeutet so viel wie tut nichts. Ja, das ist okay. Dann gehen wir in die nächste Funktion rein. 0040792A. Okay, ähm, was tut das? Könnt ihr auch googeln. Das macht was mit dem, äh, Gleitkommasteuer-Wort. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, sagen wir hier einfach dazu, ähm, Internal, ähm, Floating Point Function. So. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, das macht irgendwas mit Floating Points intern. Brauchen wir nicht, ja. Wir gehen jetzt zurück und sehen hier, okay, das brauchen wir also nicht. Jetzt holt man sich hier die MainArcs. Diese GetMainArcs, äh, das ist tatsächlich schon hier erkannt worden, richtig, von Gitra. Das heißt, wir können hier einfach die Funktionssignatur ändern und sehen hier, aha, das erste ist ArcC. Also, das ist quasi die Command-Line-Argumente, das ist ArcV, das ist Enf, ähm, Do Wildcard und StartInfo. Interessant sind für uns natürlich ArcC und ArcV, weil so wird das Programm gestartet. Das heißt, wir renamen diese Variable und sagen hier ArcC dazu. Und wir renamen diese Variable und sagen hier ArcV dazu. So, und den Rest können wir erstmal so lassen. Ähm, das passt erstmal. Ineterm wiederum ist was Internes, da müssen wir uns eigentlich gar nicht drum kümmern. Und, ja, dann können wir eigentlich direkt hier weitergehen. Und wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier eigentlich erstmal auf die Funktionen stützen, was die eigentlich genau tun. Ich schweife immer mal ganz gerne ab und benenne eigentlich sehr, sehr gerne einfach alle Variablen, die für mich irgendwie in Frage kommen, dass sie wichtig sind. Aber eigentlich muss man das hier nicht tun, okay. Weil das hier ist einfach irgendwelcher, ähm, ja, Allokationscode, der einfach irgendwelche Sachen intern macht, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, das heißt, die nächste Funktion, die wir finden, ist die da unten. Und diese Funktion ist die letzte Funktion vor Exit. Das heißt, das hier ist die Startfunktion. Das ist sozusagen unsere Main-Funktion. Und unter Windows-Binaries gibt es eine Main-Funktion, die nennt sich WinMain. Okay, wie Windows-Main. Wer hätte es gedacht? WinMain ist in dieser Doku drin und sagt uns auch, wie es aussieht und was genau das Ding tut. Und das ist im Endeffekt der Entry Point für normale Graphical Window-Based User-Applications unter Windows. Das heißt, wir haben es hier mit einer grafischen, ähm, Software zu tun, was im Endeffekt klar ist, denn es wird ja die ganze Zeit das Fenster angezeigt von wegen, hey, überweis doch bitte Bitcoins da und dahin. Das heißt, was wir jetzt tun, ist, wir kopieren das hier, denn das ist offensichtlich nicht erkannt worden, und richtig, dass das die WinMain-Funktion ist, weil hier steht immer noch Undefined bla bla bla. Und wir nehmen das hier und sagen, jo, jetzt wissen wir schon mal, was das eigentlich für Kommando oder für Parameter hier sind. So, hier oben haben wir allerdings dieses Problem, dass die hier Bodenstrich Bodenstrich CLR Call drin steht. Das ist für die Analyse nicht wirklich relevant, das ist irgendwas mit virtuellen Funktionen, die brauchen wir hier nicht. Das heißt, wir können hier einfach das ganze Ding rausmachen und OK drücken. So, und jetzt haben wir hier schon tatsächlich direkt diese Variablen hier unten benannt, denn, ja, wir haben ja gerade die, ähm, nun ja, die Signatur von der Funktion hier gerade geändert. So, und das ist jetzt sozusagen meine App hier, das heißt, das kann ich einfach mal kurz renamen, und ja, das ist dann, ähm, dann wird hier einfach geexitet mit dem, beziehungsweise das ist eigentlich genau genommen nicht meine App, sondern mein Exit-Code, ähm, Exit-Code. So, und ja, dann habe ich im Endeffekt alles, was ich brauche. Jetzt will ich natürlich wissen, was steht denn eigentlich in der Main drin, was, was passiert da? Und ja, deswegen mache ich jetzt hier mal die Main auf, und dann können wir hier tatsächlich weitermachen und das Ding analysieren. Und ja, jetzt könnte ich hier tatsächlich auch schon selber reingehen, wenn ihr wollt, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich mache jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und lasse euch mal vielleicht das Video nochmal angucken, damit ihr versteht, was ich hier gerade gemacht habe, und vielleicht lasse ich euch auch noch ein bisschen Zeit, hier ein bisschen reinzuüben. Aber seid vorsichtig, nicht ausführen, okay? Das ist super gefährlich. Gut, alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.